Wir drehen uns schon mal in unserer alten Achsel. Vielleicht fallen wir um. Guck mal, stell mal los. Arzt, mir wird schwindelig. Das wendigste Ding, das ich je gefahren habe. Und last, but not least, wird das Tuk Tuk heile, vollgetankt und sauer. Ich habe den Besitzer zurückgebracht. Ich habe den Besitzer zurückgebracht.